Hallo meine Freunde, nachdem der legendäre Gottkönig, der Call Center Krieger Kai-Uwe Mayer, nun schon seit mehreren Jahren mit seinen ganzen gewonnenen Reisegutscheinen unterwegs ist, möchte ich seine Arbeit heute mit einem Anrufzusammenfassung in seinem Stil ehren. Es handelt sich hier um Anrufe, die für eigene Uploads viel zu kurz sind, es aber auch zu schade wäre, die einfach zu löschen. Bitte beachte, dass diese Clips über mehr als ein Jahr gesammelt sind und daher die Qualität wegen verschiedener Computer, Headset und so weiter leicht unterschiedlich sein kann. Ich hoffe, das stört euch an, gefleischte Verrückte nicht weiter und ich wünsche euch viel Spaß. Das wird Anja. Hallo. Hallo. Hallo, einen fröhlichen guten Tag von der Strom- und Energieberatung. Es geht um den aktuellen Stromtarif. Okay. Ein Moment mal, ich habe gerade einen Systemfehler. Oh nein. Kann ich Sie in eine Minute nochmal anrufen? Nein. Äh, ja. Okay, dann bist du gleich. Einen Moment. Guten Tag. Soll ich mir trage ich Bargody? Ja, wer ist da? Vom Strom-Team. Ja. Ja, und Sie hatten verschwunden, dass Sie uns mailen, sobald Sie die Energiekosten senken können. Sobald Sie was können? Die Energiekosten senken können. Oh, das hört sich sehr gut an. Ja. Ja, und was können Sie da machen? Sind Sie von das, äh, von meinem Stadtwerk, von der Herr Muller? Bei welchen Stadtwerken sind Sie? Äh, bei Ihnen, bei Husum. Stadtwerke Baden-Baden sind Sie, ja? Ja. Genau. Und, ähm, wir haben da jetzt grünes Licht. Wie viel zahlen Sie für Strom? Äh, können Sie das nicht dabei unterlagern? Weil, muss ich, äh, gucken. Das ist, äh... Ja, dann holen Sie doch die Unterlagen raus. Und ich glaube, das sind 50 Euro gewesen. Weil, ich hab das, äh, Erhöhung ja machen, weil ich hab von Sie ja Rechnung bekommen. Das muss ich mit einem nachgezahlt machen. Genau. Und, äh, zahlen Sie, äh, haben Sie auch Gas? Äh, ne, wir haben nur Strom von Ihnen bekommen. Okay. Ja. Und jetzt soll das, äh, günstiger werden? Habe ich Sie sagen? Genau. Oh, sehr gut, sehr gut. Wie, wieso wird es günstiger werden? Weil, wir, äh, wir melden uns ja diesbezüglich für Senkung der Energiekosten. Ja, das hab ich verstanden. Aber was, äh, weil alles Menschen teurer machen, warum wird günstiger werden? Wir sind auch teurer. Wir sind auch teurer geworden, aber wir sind einer der günstigen Anbieter. Und bei uns hätten Sie einen monatlichen Abschlag. Ich schau einmal, ja? Ja, bitte. Hallo? Ja, ich schau einmal. Einen Moment. Ach so, ja. Hätten Sie einen monatlichen Abschlag von 43 Euro? Okay. Für Strom, ja. Statt 50? Statt 50, 43, ja. Oh, das klingt ja sehr gut. Ja, dafür brauche ich ja mal die Zählernummer, Kundennummer. Und warum, äh, wird das jetzt so günstig werden? Das ist ja ein Fünftel. Weil, wir haben ja auch die Preiserhöhung, ja? Ja, ja. Aber, genau. Und wir sind die Stadt der Getreusdorf, ja? Aber, sie haben aber schon, äh, verstanden, dass ich bei Baden-Baden wohne? Genau, ich weiß es ja. Ja, aber kann ich das, äh, kann man dann das schon von, wo ist das, äh, wo ist ihr Film? Ja, natürlich kann man das. Natürlich kann man das. Deswegen schaue ich ja auch hier nach, welcher, äh, der optimale Anbieter für sie ist. Aber ich muss jetzt das, äh, da muss man nicht da wohnen, das kann man da Kundschaft machen. Ja, richtig. Ihre Baden-Baden wird das teurerer. Bei uns ist das auch teurer geworden, aber sie planen bei uns 43 nur. Achso, und was hat das vorher bei Sie Kosten? Bei uns wäre das ein monatlicher Abschlag ohne die Preise von 35 Euro, aber bei uns ist es ja auch teurer geworden. Oh Gott, das ist ja eine sehr große Unterschiede. Aber warum kann das bei Sie so billig sein? Weil wir einige da günstigeren Anbieter sind halt. Und bei die Stadtwerke, bei ihrer Grundversorgung zahlen sie sowieso mehr als nötig. Achso, und jetzt können wir da ein, äh, helfen machen. Billigeren, genau. Sehr gut, sehr gut. Und, äh, jetzt muss ich dann eine Erkundigung schreiben? Nein, das mache ich für Sie. Das Einzige, was Sie mir geben müssen, ist Kundennummer, Zählernummer. Kontonummer? Ja, einen Moment bitte. Muss ich das Karte holen? Warte mal. Nein, 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 einen Moment. Die von Ihren Anbietern, die Stadtwerke Baden-Baden, brauche ich Kundennummer, Zählernummer. Das, äh, von, das, äh, das Kontonummer von denen? Aber das, äh... Vertragskontonummer und Zählernummer brauche ich. Ja, das ist, äh, Stadt-Sparkasse Baden-Baden. So, erst mal, nein, erst mal, gleich machen wir das mit die Bank, ja, für die Abrufungen. Ich brauche erst mal jetzt, haben Sie Unterlagen von Stadtwerke Baden-Baden? Äh, ja, ich muss, muss gucken. Weiß nicht, wo habe ich das hinweg, so ein, äh, Schranken mit allen Dokumenten. Ja, dann holen Sie das mal raus. Äh, darf ich Sie mitnehmen? Ja, das können Sie mich jetzt nehmen, ja, können Sie auch machen. Okay, dann werde ich Sie jetzt mein, meine Wohnzimmer zeigen. Habe Sie Bildtelefon? Hallo? Oh mein Gott, die will nicht meine Wohnzimmer zeigen. Maraglacker. Blau, ruf er an, hat er angerufen vom Stromzimmer, ganz auf Energieberatung. Ja. Es geht darum, dass Sie die Energiekosten bei Ihnen senken können. Da haben wir gerade grünes Licht bekommen und... Winter, hallo, wer ist da? Hallo, mein Name ist Blau, ruf er an vom Stromzimmer, ganz auf Energieberatung. Da. Ihr Vorname ist? Peter. Und wer sind Sie? Ja, ich hab hier Peter Winter, genau. Mein Name Janik Blau, ruf er an vom Stromzimmer, ganz auf Energieberatung. Es geht darum, dass Sie die Energiekosten bei Ihnen senken können. Da haben wir gerade grünes Licht und wollen mal nachschauen, wie es da bei Ihnen aussieht. Nicht ganz so schnell, bitte nochmal, ich bin gerade erst aufgestanden. Jan, ähm, es geht darum, dass Sie die Energiekosten bei Ihnen senken können. Strom können wir günstiger machen bei Ihnen. Günstiger Strom klingt gut. Genau, ähm, Entschuldigung, wir hatten fette Party gestern. Ich bin ein bisschen kaputt. Party am Mittwoch oder was? Klar, wir haben Urlaub lehrt. Wir müssen Urlaub machen im Sommer. Wo bist du? Wo, wo, wo sind Sie gerade? Ich bin jetzt bei Balkon. Aber Sie sind zu Hause, ne? Ja, richtig, richtig, richtig. Wir können jetzt nochmal fette Party machen, weil Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Nachher machen wir weiter Party, wenn wir irgendwie wach geworden. Okay, auf welcher Straße wohnen Sie? Was steht bei dir, Bruder? Schulstraße oder irgendwie sowas. Ja, Schulstraße. Husum, blöd. Kommt bei mir nicht raus. Wie kommt bei dir nicht raus? Hallo? Falsch. Auf welcher Straße? Ja. Wie ist falsch? Ich weiß doch, wo ich wohne. Nein, ich frage es dir. Ihre Post-Atele, können Sie mir die bitte sagen? 25813. Ja, und die Straße? Schulstraße. Okay. Ähm, was bezahlen Sie monatlich für Strom? Ähm, warte, ich muss ich meinen Alkoholikopf anstrengen. Stadtwerken, was ist bei Stadtwerken? Ich glaube, 60 Euro, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Leben Sie alleine? Nein, wir haben WG-App. Wie viele Personen wohnen da drinnen? Drei. Aber meistens vier, aber der wohnt eigentlich nicht wirklich hier, aber ist immer da. Kennst du solche Freunde? Kriegen Sie eine Nachzahlung? Bitte? Kriegen Sie eine Nachzahlung, Herr Mann? Nein, wir lassen den so hier schlafen. Sie nehmen doch kein Geld von meinen Freunden. Sowas macht man doch nicht. Sind Sie bei E.ON? Stadtwerken. So, ich habe jetzt gerade 60 Euro, bezahlen Sie? 60 Euro, ja, Mann. Wie alt sind Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Warum willst du das wissen? Ja, damit ich hier gucken kann. Ich vergleiche das. Ich will ein gutes Angebot draus machen hier bei Strom. Ach, Strompreis kommt an auf Alter oder was? Nein, ich habe hier, damit ich das kontrollieren kann. Ja, dann muss ich ja, ich muss ja die Kontrolle machen. Ich weiß ja nicht, was steht da bei meinem, ich kann jetzt ja sagen, dann hast du das gar nicht. Du musst dann schon mir vorlesen, damit ich weiß, dass du das hast. Und dann kann ich bestätigen, oder auch nicht. Ich habe hier nichts stehen, aber ich brauche hier eher einen Geburtstag, damit ich das hier reinschreiben kann. Du hast mich doch angerufen, bin doch Kunde, dann musst du das doch wissen. Chef, schau mal. Chef. Ich habe hier jetzt gerade zu... Ja, bitte. Ich habe hier jetzt 1800 Kilowatt. Ich weiß nicht, wie viel Sie verbrauchen. Also, verbrauchen Sie 1800 Kilowatt? Wo kann man das wissen? Steht das bei Geräten dran, was das verbrauchen? Jahresendabrechnung. Warte, ist das so ein Brief, was die immer schicken? Hallo. Hallo. Hey, Suka. Hallo. Hat er aufgelegt. Ich glaube, es geht los. Wie geht's hier im Hund? Äh, das ist nicht gemein. Ich mache hier nur sauber. Alles klar, okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Soll ich Sie, äh, soll ich Sie, Herr, Herr Mader geben? Ja, das verrichtet. Ja, einen Moment bitte. Mader, hallo! Grüß Gott, Herr Mader, aus dem Affordogshaus Simberg. Wir hatten, äh, Sie haben sich immer bei uns eine gesunde Hundennahrung interessiert. Wie geht's Ihrem Hund? Wie's mir geht, sehr gut, ja. Und Ihrem Hund? Ja, der ist so mittelprächtig im Prinzip. Der hatte Probleme mit den Zecken, ganz schlimm. Oh je, oh je. Geben Sie mir, wie? Okay. Geben Sie mir bitte mal Ihre Postleitzahl, Herr Mader. Ja, 76534. 76534, dann schauen wir doch mal nach. Da habe ich Sie, Herr Mader, Egon, gell? Ja. Wie heißt denn Ihr Hund? Der heißt ja im Prinzip, das, die Leute glauben mir das immer nicht, aber der heißt ja im Prinzip Leckerhühnchen. Den Namen hat das Enkelkind ausgesucht. Okay. Wie alt ist Leckerhühnchen? Nicht Hühnchen, Hühnchen. Wie alt ist Leckerhühnchen? Ja, inzwischen sieben Jahre alt. Und, hat wie viel Kilo? Oh, das müsste ich nachwiegen. Das kann ich sogar nicht. Ja, ungefähr, ich würde sagen so acht Kilogramm. Acht Kilo. Was kriegt ein Leckerhühnchen denn? Trocken oder feucht? Nicht Hühnchen, Hühnchen. Ja, Hühnchen habe ich ja gesagt. Das hört sich an, als ob Sie Hühnchen sagen. Ja. Leckerhühnchen ist ja, das ist ja kein, es heißt zwar Hühnchen, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ja. Was kriegt er denn, trocken oder feuchtung? Da ist ja im Prinzip tagesbedingt beides oder mal das eine, mal das andere. Herr Marder, wir Diener Vodok sind ein mittelständisches deutsches Unternehmen. Wir sind seit 14 Jahren auf dem Markt. Ja. Wir stellen seit 14 Jahren Hundenahrung auf 100% Naturbasis her, ohne Chemie, ohne Zucker. Ja. Ja, schmeckt das denn überhaupt, wenn da kein Zucker drin ist? Wie? Schmeckt das denn überhaupt, wenn da kein Zucker drin ist? Ja. Sie können mir meine Nahrung ohne Zucker ja gar nicht vorstellen. Ja. Für den Hund aber sehr, sehr wichtig. Ja. Ist das so? Also bisher lebt er noch. Ja. Und wir haben noch in unserer Feuchtung 78% Fleisch, in der Trockennahrung 70% tierisch teilweise. Jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag, Herr Marder. Mein Ziel ist, ich möchte Sie und Ihr Hund als Kunde gewinnen. Das geht nur über Ehrlichkeit. Ich würde Ihnen gerne einmalig unser Kombipaket zukommen lassen. Da dürften Sie sich zwei, vier, hundert Gramm Dosen aufmachen, sich das Produkt anschauen und zwei Tassen von der Trockennahrung rausnehmen, kommen dann mit sechs Tagen aus bei Ihrem Hund. Ja. Wenn Ihr Hund dann sagt, lecker, schmeckt mir, gibt mir mehr, gibt mir alles und Sie sind zufrieden mit dem Stuhlgang, das ist ja auch ganz wichtig. Mit was bin ich zufrieden? Mit dem Stuhlgang von dem Hund. Ja. Ja, das funktioniert problemlos. Sehr schön. Dann nehmen Sie die Rechnung, überweisen Sie das Geld. Wenn der Hund sagt, nein, ich mag es nicht, legen Sie die Rechnung in den Karton rein, rufen mich wieder an, wir lassen es wieder bei Ihnen abholen. Und dann wird es Ihr Hund bei uns einmalig, weil bei uns ist jede Lieferung einmalig. Aber jetzt muss ich ja nochmal fragen, was wollen Sie denn im Prinzip mit dem Stuhlgang machen? Das will doch kein Mensch haben. Nein, der Stuhlgang soll in Ordnung sein von dem Hund. Ja, aber ich kann das doch nicht, das ist ja der arme Postbote, ich kann Ihnen das doch nicht in ein Paket reinlegen. Nein, nein. Sie sind, haben Sie das, so einen Anruf habe ich ja in meinem Leben noch nicht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ja? Sind Sie von Radio oder so? Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Tschüss. Hallo. Oh nein. Grüß Sie mal. Hallo. Hallo, ich bitte Sie, spreche ich mit Herrn Solinda. Hallo. Hallo, wie ist es denn bitte? Also, Tim, jetzt noch einmal am Apparat von den Stromwerke.de. Ja, bitte. Hallo, ich grüße Sie, Herr Solinda, spreche ich, ne? Äh, nein, hier ist Grindelwald. Ach so, Herr Solinda hätte ich gerne gesprochen. Sie sind hier bei Familie Grindelwald. Wir haben uns doch heute telefoniert, ich und Sie. Ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen, ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen, haben, aber ich bin es nicht gewesen. Kennen Sie den Herr Raikesch Solinda? Wo wollten Sie denn anrufen? Wir sind hier in Nürnberg. Raikesch Solinda. Das kenne ich nicht. Wir sind hier in Nürnberg, in der Reichsstrasse 45. Ich bin mir hundertprozentig sicher, also weil unser Gespräch wird auch alles komplett aufgenommen. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Sie der Herr Solinda sind, aber ich werde das nachprüfen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen erst mal, ne? Sie können doch nicht einfach Gespräche aufnehmen, das ist illegal. Illegal ist es nicht, also für Ihre Sicherheit ist es auch. Ja sicherlich, Sie können ja mal beim Internet reinschauen. Sie dürfen nicht ohne meine Einwilligung Gespräche aufzeichnen. Wiesen bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Also meine Telefonnummer sehen Sie in Ihrem Display, das ist ja kein Problem. Ja. Kleines Moment bitte, ich gebe mal meine Folge dazu. Ja bitte. Hallo. Ja grüzi, wer ist denn da? Stromwerke.de Altin mein Name. Ja grüzi, was haben Sie denn da für unfreundliche Menschen bei Ihnen sitzen? Aber Sie sind falsch gelandet, ich bin Ziegenverkäufer, ich verkaufe Ziegen. Was verkaufen Sie? Ziegen, Ziegen. Ne, der Mann hat doch gesagt, man kann bei Ihnen Strom werben. Bei dem Mann ja, aber bei mir Ziegen nur. Ja und was kostet eine Ziege bei Ihnen? Eine Ziege kostet, also was wir möchten, internationalische, türkische oder deutsche, afghanische? Ja das weiß ich, was haben Sie denn momentan im Wochenangebot? Schauen Sie mal, Sie melden sich so oft an mit den Hofnummern und sprechen immer die gleichen Sachen, also wir kennen Sie schon soweit, Herr Solinda. Das ist nicht, ich bin ein Schweizer, kannst du das nicht hören? Wir haben schon ein Fahndungsvote hier in der Türkei. Herr Solinda, Sie sind ein Schweizer. Natürlich bin ich ein Schweizer. Und jetzt bin ich ein Inder. Ja, Sie sind ein Inder, wir kennen Sie doch. Ja, woher kennst du mich denn? Ihre Stimme kommen, ist immer sehr bekannt, also aus Bollywood. Bollywood, ja, da habe ich große Auftritte machen. Hast du dich da auch in meinem... Auftritt machen, okay. Ja, hast du dich da in mich verliebt? Möchtest du Fotos haben? Ja, mein, wissen Sie was, mein Vorgesetzter stellt auch viele Grüße. Ja, kann ich bitte mit Ihnen reden? Ach, ehrlich? Ja, bitte. Warum? Weiß nicht, dann kann er mir selber grüßen. Ah, er meint, dass du nicht... Ja, hallo? Ja, hallo. Vom Weingut, Reichskraft von Ingelheim, aus Nackenheim, bei Mainz, am Schöner Rhein. Spreche ich denn mit Herrn Rakesch Orr? Ja, richtig, guten Tag, okay. Herr Orr, Sie hatten im Internet doch an so einem Gewinnspiel teilgenommen. Oh, habe ich gewonnen? Nein, 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 da ging so ein kleines Pop-up-Fenster auf, das hatten Sie angeklickt. Da hatten wir vom Weingut eine Anzeige drin, neun Flaschen zum kennenlernen mit dem Vorzugspreis. Wer hat eine Anzeige bekommen? Keiner hat eine Anzeige bekommen, wir hatten im Internet eine Annonce, die haben Sie angeklickt. Eine Annonce vom Weingut, wir wollen Wein verkaufen. Hat meine Sohn das machen? Hat er Anzeige bekommen? Nein, das hat... Hat er das mitnehmen bei Ihnen? Nein. Oh mein Gott. Herr Orr, das waren Sie. Sie haben doch, äh... Ich habe kein... Ich habe nichts gestohlen. Ich habe nichts machen. Nein. Nee, ist alles gut. Okay, ich wünsche Ihnen schön... Hallo. Sie gefallen, Scholinder, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin Herr Bollmeister, mein Name. Ja. Im Institut für Urheberrechtsverletzungen. Ja. Ich möchte nicht lange drum herum reden. Uns legen ganz konkrete Hinweise auf massive Urheberrechtsverletzungen Ihrerseits vor. Oh. Ich rede hier von illegalen Musikdownloads und das Schauen von Filmen und so weiter... Sehr gut, sehr gut. ...auf den einschlägigen Portalen. Ja, welche denn? Denken Sie wissen, wovon ich rede, oder? Welche, welche Internetseite? Vielleicht ist es mein Sohn gewesen. Ja, mein... Hinweis aus Ihrem Bekanntenkreis erhalten. Ja. Sind der Sache nachgegangen. Welchen Namen haben Sie da stehen? Lassen Sie mich bitte ausreden. Welchen Namen haben Sie? Wollen Sie zu der ganzen Angelegenheit jetzt schon Stellung nehmen oder erst, wenn es soweit ist? Ah, warte mal. Jetzt habe ich die Marco Fono gefunden. Jetzt tun Sie doch nicht so unfällig. Sehr gut. Hast du Marco Fono gefunden? Die Beweislage spricht ganz klar gegen Sie. No, motherfucker. Mach Marco Fono aus und rede mit mir. Na gut. Ich belaste es jetzt erst einmal bei einer Verwarnung. Marco Fono. Bei Ihnen ist wohl klar, dass das so in Zukunft nicht mehr geht. Marco Fono. Auf Wiederhören. Marco Fono. Z.B. hoffentlich nicht. No, motherfucker. Guten Morgen vom WWF Deutschland. Ich möchte mit Herrn Rackisch-Kohr sprechen. Ja, am Telefon. Hallo. Ja, sehr schön, dass Sie hier reich. Ja. Herr Kohr, Sie hatten am 7. März. im Internet an einer Online-Umfrage teilgenommen. Da ging das um ein Gewinnspiel und mein Gutschein, wenn ich das so richtig sehe. Dann habe ich gewonnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Die Auslosung war ja noch nicht. Okay. Ich rufe aber auch vom WWF an, Herr Kohr. Was ist das? Weil Sie... Wir sind Natur- und Tierschutz. Ja, weil, äh, ich hatte meinen Nachbar angezeigt. Rufen Sie deswegen an, wegen dem Erschwenken. Nee, nee. Ich rufe vom WWF an, weil sie an dem Gewinnspiel teilgenommen hat. Aber Sie machen so Tierschutz-Sachen? Genau. Sie kennen uns bestimmt mit dem Logo, mit dem Panda-Bär der Kurve. Können Sie dann mal bitte aufschreiben? Was denn bitte aufschreiben? Und wegen dem Nachbar, dass Sie da eingreifen? Ähm, da habe ich jetzt persönlich nichts mit zu tun. Ich kann das natürlich weitergeben. Ja. Aber da wäre es, wäre es ja einfacher, wenn Sie sich dann bei sich in Husum um eine Behörde kümmern. Ja, aber die wolle ja nichts machen. Weil der hat da so ein, äh, das, äh, denn sein Sohn, der ist mit, äh, meine Sohn bei einer Schulklasse. Und, äh, der macht zu Hause so illegal Meerschweinkenzückung. Und, äh, das ist eine ganz kleine Wohnung. Und da hat da, weiß ich, 40, 50 Meerschweinken. Und der dann bei Internet wird verkaufen. Mhm. Können Sie dann bitte, können Sie dann bitte, da müssen Sie, wie gesagt, an die, an die Polizei bei sich in Husum rumzumachen. Das ist denen ja egal. Können Sie mal bitte aufschreiben? Ich kann es natürlich mal weitergeben, aber ich denke nicht, dass da jetzt bei viel mehr rauskommt. Ja, aber, warum denn? Das ist doch, äh, für den Tieren, äh, zuständig. Das ist richtig, das ist richtig. Also wollen Sie, warum wird niemand dem Meerschweinkern helfen? Ich schreibe das auf, ich gebe das weiter, ähm, und dann schauen wir, was passiert. Ja. Aber wie gesagt, ich würde dann direkt nach Husum an die Polizei gehen. Ja, solle mir, äh, können Sie zu, zu meinen Demo kommen, dann werden wir eine Demo machen. Das können Sie ja mal beginnen. Sehr gut. So, ich muss jetzt weitermachen, dann nehme ich Sie nämlich einmal aus den Daten wieder raus, Herr Kor. Aber warum denn? Hallo? Also, ich wünsche Ihnen doch eine schöne Woche, ja? Warum hatten Sie jetzt, warum hatten Sie jetzt angerufen? Hallo? Hallo, Motherfucker. Hallo. Schön, hallo? Hallo. Schönen guten Tag, von der Firma Energy. Ja. Habe ich den denn, Theodor Oberst am Apparat? Nein, soll ich den holen? Ja, das wäre super, das wäre echt lieb, danke. Ja, hallo. Hallo, Herr Oberst, von der Firma Energy. Wie bitte? Ich sage, von der Firma Energy. Ja. Herr Oberst, ich sage Ihnen gerne, worum es geht. Ja. Also, Sie waren am 24.07. im Internet, haben dort ja an einer Online-Umfrage mitgemacht und angegeben, dass Sie in Düsseldorf gerne was günstigeres für den Strom haben möchten. Wie bitte? Wissen Sie noch? Wissen Sie noch? Nein. Weniger für Strom bezahlen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Was zahlen Sie aktuell? Ja, wie viel weniger denn? Sage ich Ihnen? Ja. Wenn ich weiß, was Sie momentan bezahlen. Soll ich das aufschreiben? Nee, aber können Sie mir sagen, was Sie zahlen? Nee, Sie haben ja gesagt, das wird weniger. Richtig. Ja. Aber ich brauche hier die genaue Abschlagsumme. Was bedeutet das? Was Sie genau im Monat momentan zahlen. Ach so. Ja, das sind so 55 Euro. Ja. Ja. So, ich sage Ihnen. Sie sind bei der Stadtwerke Düsseldorf, ne? Ja. Ja. Super. Ja. Ich sage Ihnen mal, was Sie dann ab 1. Oktober weniger zahlen. Wird das günstiger? Ja, richtig. Weil das hat er ja bei der Zeitung gelesen. Da soll ja ein neuer Vorstand kommen. Dann haben die ja endlich mal was Gutes da bewirkt vor Ort. Ja. So. Also. Ich berechne mir das gerade aus. Ja, was denn? So. Ich sage Ihnen jetzt, wie viel das ist. Ab dem 1. Zehnten sind das dann 48 Euro und 91 Cent. Ab 1. Zehnten? Ja. Haben Sie nicht gesagt, das ist im Oktober schon? Ist doch der 1. Zehnte Oktober. Jetzt muss ich ja mal... Ja, Sie haben ja recht. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Kein Problem. Das sind im Jahr Ersparnis von 73 Euro. Ja, das ist ja im Prinzip ja sehr großzügig, dass Sie das jetzt günstiger machen. Weil das wird ja immer teurer, dieser Unsinn. Richtig. Das stimmt. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt mal fertig für Sie gerne. Das ist wunderbar. Ja. Sagen, wie geht's denn dem Herrn Müller davon aus dem Zimmer 13? Ich hab den lange nicht mehr gesehen beim Einkaufen. Das kann ich nicht genau sagen. Oh, schade. Ich dachte, Sie haben da mal was gehört von dem. Nee. Leider nicht. Nee. Ja, aber der hat immer sehr, sehr gute Beratung durchgeführt. Das ist doch super. Ja. Herr Oberst, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen alles Gute, ne? Ja, und was jetzt? Wie wird das weitergehen? Oh, der hat mich wohl erkannt. Guten Tag von Goldgas. Wir bieten den Leuten mal einen unverbindlichen Strom- und Gasvergleich an. Äh, okay. Und das wollten wir mal mit Ihnen machen. Einfach mal zu gucken, ob Sie eine Menge Geld sparen können. Achso. Ja. Deswegen rufen wir an. Und kann ich das sparen? Kann ich das machen? Ja, bestimmt können Sie bei uns sparen. Wir sind ja einer der günstigsten Anbieter. Achso. Und darum, Sie nicht von Stadtwerke anrufen? Nein, Stadtwerke sind ja teuer. Und wir sind von Goldgas. Wir sind einer der günstigsten Anbieter, die gerade auf dem Markt sind. Achso. Uns gibt es schon seit 15 Jahren auf dem Markt. Okay. Und wir bieten den Leuten halt einen unverbindlichen Strom- und Gasvergleich an. Achso. Und Sie jetzt bei das ganze Leuten anrufen und das Kontrolle machen? Ne, Kontrolle nicht. Wir bieten den Leuten einen unverbindlichen Strom- und Gasvergleich an. Ja, das ist Preis-Kontrolle. Genau. Genau. Um einfach zu gucken, ob Sie bei uns sparen könnten oder ob Sie halt zu viel zahlen. Achso. Ja. Und wie viel kann man da gespart machen? Also haben Sie Strom und Gas oder nur Strom? Äh, beides. Beides. Na, dann liegt man so meistens zwischen 100 und 500 Euro im Jahr. Ja, 500. Das ist sehr gut. Ja, zwischen 100. Ja, hallo. Hallo, schönen Tag. Eva Schwarz, mein Name von dem Hause 5G Marketing, den Herrn Hans Maulwurf. Würde ich gerne sprechen? Äh, ja. Einen Moment, bitte. Ja, Maulwurf. Hallo, schönen Tag. Eva Schwarz, mein Name von dem Hause 5G Marketing. Ja. Sie sind der Herr Hans Maulwurf, ja? Das ist richtig. Mit wem habe ich die Ehre? Eva Schwarz ist mein Name von 5G Marketing, Herr Maulwurf, ja? Ja, kennen Sie zufällig die Eva Braun? Nein. Ah, weil sich das so ähnlich anhört bei Ihnen. Wirklich? Ja. Also, Herr Maulwurf, Sie haben vor einiger Zeit angegeben, dass Sie das Geld gut gebrauchen können und dass wir Sie anrufen sollen. Wir haben jetzt eine Kreditkarte in Platin und im schwarzen Design und ich wollte Sie mal ganz kurz erzählen, worum es geht. Wäre das in Ordnung für Sie? Äh, was soll ich jetzt machen mit Ihnen? Sie können mir zuhören, wenn Sie möchten, wenn nicht, wenn Sie kein Interesse doch haben, wenn sich das erledigt hat, dann vermerke ich es ja. Ich habe das nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben. Ah, okay, ich spreche mal langsamer und deutlich, was es geht. Ja, das wäre sehr freundlich von Ihnen. Super. Also, es geht darum, dass Sie im Internet irgendwann angegeben haben, dass Sie das Geld gut gebrauchen können, dass wir Sie anrufen sollen, ja? Geld kann man immer gebrauchen, aber das ist ja nicht, dass jemand anruft, aber das ist ja egal. Jetzt habe ich Sie ja am Telefon. Ja, Herr Malwurf, und diese Kreditkarte im Platin- oder Edel-Schwarz-Design hat jetzt einen Kreditrahmen von bis zu 7.777 Euro, also viermal die sieben. Eine Schnapszahl, das ist sehr gut. Ja, und mit dieser Karte... Mögen Sie auch gern Schnaps trinken? Nehmen Sie mich auf den Arm, Herr Malwurf? Ja, das ist eine Schnapszahl, da kann man doch mal ein Späßchen machen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Bitte entschuldigen Sie. Ja, es gibt da so Leute, die sagen solche Sachen und dann kann man das auch so als ein Scherz annehmen. Verstehen Sie das nicht falsch? Ja. Ja, und diese Karte ist auch superfrei, bonitätsfrei, da haben Sie auch keine Monats, keine Bearbeitungsgebühren und haben auch die zwei Jahre von den Jahresgebühren befreit, Herr Malwurf. Zwei Jahre ist das quasi so zum Testen umsonst dann? Leider nicht, also Sie haben da eine einmalige Ausgabegebühr von 149 Euro, 90 Cent. 149? Ja? Ja, ich wollte mir das nur notieren, weil ich das nicht mehr so gut mir Sachen merken kann. Guten Tag, mein Name, was kann ich für Sie tun? Ja, Sie karrt, Sie hatten gerade bei mir angerufen. Ja, wir sind vom Stromteam, Agitur für Energieberatung. Ja, und weswegen hatten Sie mich kontaktiert? Ja, wir sind vom Stromteam, Agitur für Energieberatung und wir hatten Ihnen versprochen, dass wir uns melden, sobald wir Ihre Energiekosten senken können. Sobald Sie was machen können, bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Sobald wir Ihre Energiekosten senken können. Die Senkung der Energiekosten, das hört sich sehr gut an. Und wie können Sie mir in diesem Bereich weiterhelfen? Ja, indem Sie mir sagen, erst mal Ihre Rufnummer geben, womit wir sie erreicht haben. Weil ich habe nichts bei meiner Maske stehen. Selbstverständlich. Das ist die 0483. Nein, überhaupt nicht. Die Vorwahl war richtig. Und dann ist das 694... 3491. 3491. Hier steht Rajesh Bhatgadi. Ist das richtig? Nein, das ist mein Haushälter. Wollten Sie mit dem sprechen? Ja, äh... Einen Moment, bitte. Einen Moment. Rajesh, komm sofort zum Telefon. Ja, wo will ich denn? Komm bitte hierher. Du wirst am Telefon verlangen. Ja, Bhatgadi, hallo. Ja, guten Tag. Hier ist wieder Sommer vom Strom-Team. Kümmern Sie sich um den Strom? Ja. Ja. Ja, wie viel zahlen Sie denn den monatlichen Abschlag für Strom? Äh, was mache ich, bitte? Wie viel zahlen Sie im Monat Ihren Strom? Äh, 50 Euro. Kann das sein? Ja, mit... Leben Sie mit dem Herr zusammen jetzt da? Ja, ja. Ich wohne da. Okay. Okay. Äh, beziehen Sie auch Gas oder nur Strom? Äh, wir haben Gasherd. Okay. Und wie viel zahlen Sie Gas? Ich meine, das sind 35 Euro. Kann das möglich sein? Äh, ja. Äh, Sie haben ja wahrscheinlich auch von Strom und Gas Unterlagen, ja? Unterlagung? Unterlagen von Strom und Gas. Äh, so Vertragen? Die Vertrag, genau. Abrechnung oder sonstiges dergleichen, ja? Ja, ja, weil ohne Vertrag würde man das ja nicht kriegen. Wir würden keinen Schwarzhandel machen. Genau. Ja. Äh, das hat ja auch jetzt keiner gesagt, ne? Ja, ja, ich wollte Ihnen das nur sagen, weil das wollte immer Abschiebung machen. Okay, dann holen Sie mal die Unterlagen bitte raus. Äh, und was müssen Sie da haben? Sind Sie von Stadtwerkung? Genau. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen und da die Stadtwerke um die 15 bis 30 Prozent teurer werden, sollen wir sie über uns übernehmen, ja? Das noch, also das, äh, warte, nur muss ich das, äh, verstehen. Also Stadtwerke werden teurer und dann Stadtwerke sagen, sie sollen bei uns anrufen und dass wir bei sie Kundschaft machen. Genau. Ah, das ist ja sehr nett von denen, dass die das machen. Das finde ich sehr gut. Ja, ich brauche dann einmal die Kundennummer, Zählernummer, jeweils von Strom und Gas. Ja, ich bin das schon bei suchen. Und was kann man da Sparung machen? Wie viel weniger wird das werden? Ja, ich schaue jetzt einmal nach. Ja, können Sie, weil ich habe jetzt, äh, will gerade hier Einziehung machen und ich muss bei das, äh, bei das Dokumenten, ich werde nachgucken. Aber muss ich, äh, viele Kartons noch haben. Und Sie mir vielleicht schon können sagen. Unbefristeter Mietvertrag. Ach nee, das brauchen wir nicht, richtig? Muss man, müssen Sie Mietvertrag haben? Hallo. 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 Ja, schönen guten Tag. Ich bin ja noch nicht von der Firma PSD Europe Sales GmbH. Spreche ich mit Herrn Bagdadi. Ja, guten Tag. Ja, schönen guten Tag, so, Herr Bagdadi. Was wollte ich Ihnen denn verkaufen? Ach so, ja, Strom, äh, Entschuldigung. Äh, es dreht sich um Stromangelegenheiten. Wer kümmert sich um Strom bei Ihnen? Äh, machen Sie das? In den Stadtwerken, das, äh, das machen die Stadtwerken. Sie sind bei den Stadtwerken, richtig? Ja. Herr Bagdadi. Ja. Ja, da ist jetzt ein neuer Stromanbieter in Baden-Baden unter der Postleitzahl 76534. Okay. Ja, und, äh, die sind Europas zweitgrößter Stromanbieter. Okay. Und die sind jetzt, äh, die sind jetzt, äh, die sind jetzt da hingezogen? Die sind hier bundesweit überall jetzt, ja, und die, die geben Preise, äh, ich scheine nicht, die Preise glänzen. Da, wo Sie bei den Stadtwerken, äh, nehmen wir mal 50 bezahlen, bezahlen Sie bei denen 35. Also, äh, ich weiß nicht, was Sie da, aber, ja, ja, die sind, äh, extrem, äh, stark, äh, extrem gut und diese Preise garantiert man Ihnen für zwei Jahre, also zwei Jahre wird der Preis auch gleich bleiben. Aber, denn die wollen, die wollen im Markt die Kundschaft natürlich haben. Ja. Also, äh, äh, was bezahlen Sie monatlich an Stromgeld, Herr Bakker? Ja, 65. 65, so, schauen wir mal, wo Sie 65 bezahlen. Ja. Mal sehen, was, was der neue Anbieter Ihnen dafür gibt, für 65, so, Baden-Baden, 65 Euro. Ja. Stadtwerke Baden-Baden, bekommen Sie 1.927 Kilowatt. Ich rechte das mal jetzt aus von 2.000 Kilowatt für Sie. Was, was möchten Sie mir rechnen? Nee, also Sie sagen ja, 65 Euro bezahle ich. Ja, ja. Wenn Sie 65 Euro bezahlen, bekommen Sie von den Stadtwerken, äh, 1.920 Kilowatt bekommen Sie dafür im Jahr. Reicht das? Ja, ja, das ist eigentlich gut. Aber der andere Anbieter, ja, ja, um Beispiel 65 Euro, sagen wir mal, 2.500 Kilowatt Jahresverbrauch, 65 Euro bezahlen Sie im Monat. Von nun an, wenn wir Sie umstellen zu dem Spartarif, zu dem neuen Anbieter, Spartarif, ja, da sparen Sie Geld. Okay. Aber das, wir haben doch, äh, 1.900 Sagen, jetzt haben Sie 2.500 Sagen. Entschuldigung, 2.000 Kilowatt, Entschuldigung. Ach so. Also, 1, ja, 2.000 Kilowatt. Also, für 65 Euro, was Sie bezahlen, Ja. Bekommen Sie von dem Anbieter momentan 1.927 Kilowatt dafür im Jahr. Von Stadtwerke? Von Stadtwerke. Äh, der neue Anbieter sagt Ihnen, ich gebe Ihnen 2.000 Kilowatt. Ja. 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 Und das gebe ich Ihnen für 51 Euro, nicht für 65 Euro. Ja, und das sind, äh, das sind dann 65 minus 51, das sind 14 Euro Differenz im Monat. Und hochgerechnet auch, 168 Euro werden Sie im Jahr sparen. Ja, und, äh, wie heißt das, Herstellung? Das ist, äh, PST nennt sich das. Das ist Europas zweitgrößter, ja, äh, Stromanbieter. Und, äh, wenn Sie wünschen, können wir Sie umstellen zu diesem Anbieter. Also, der Grundversorger bleibt immer gleich. Das ändert sich nicht. Also, der Strom kommt aus der gleichen Steckdose raus. Ja, und was, äh, was kostet das, wenn Sie das machen? Nichts kostet das. Die wollen kein Geld dafür haben. Oh, schuldig. Umstellkosten wollen Sie nicht haben. Die möchten keine Vorauszahlung haben. Die möchten keine Kaution haben. Die möchten nicht mal Ihre, die möchten nicht mal Ihre Bankdaten haben. Herr Bagdadi. Ja, sollten Sie, müssen Sie IBAN haben. Soll ich Sie das geben? Die Bankdaten? Die brauche ich nicht. Die Rechnung, äh, erst mal Rechnung mit der IBAN. Ich brauche erst mal Ihre, äh, Zählernummer. Ja, das ist erst Bankleitzahl? Nein, nein, die Zählernummer. Auf der Jahresendabrechnung ist eine Zählernummer drauf. Von Kontoauszügen? Ja. Auf dem Mietvertrag steht das drauf. Ja. Bei, 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 auf dem... So, ich schreibe jetzt bei das, äh, im Keller ist das Gerät. Dann schreibe ich da hingehen. Soll ich Sie jetzt bei Keller bringen, bei das, äh, Zählung? Ja, ich spreche mit dem Herrn Dimitri Sukhov. Äh, einen Moment, bitte. Dimitri, komm mal bitte. Sukhov, hallo, wer ist da? Ja, schönen guten Tag, Herr Sukhov. Das ist der Grund, warum ich mich melde, ist, Sie haben da in der Vergangenheit Interesse an einem Kredit gehabt. Und, also die Kreditverprüfung war jetzt positiv bei Ihnen, deswegen wollte ich halt nur noch mal kurz die Daten verprüfen, damit Sie einen Antrag kostenlos zur Poste halten können. Oh, das ist ja cool. Rufen Sie ja, weil ich bin ja bei dem, bei dem Typ von Bank gewesen. Rufen Sie deswegen an. Hallo? Nein, Sie hatten da in der Vergangenheit, nein, 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 Sie haben da in der Vergangenheit Interesse an einem Kredit gehabt und deswegen habe ich mich gemeldet. Ja, das meine ich doch. Genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Und was können Sie mir anbieten? Das bekommen Sie also alles per Post, Herr Sukhov. Das ist eine kostenlose Auszahlungsantrage. Das bekommen Sie dann in zwei Tagen per Post, das Sie dann einfach ausfüllen können, unterschreiben können. Ja. Wenn Sie dann, wie gesagt, damit Sie auch das Geld so schnell wie möglich ausbezahlt bekommen können. Und wie kann ich, wo kann ich das dann Geld dann kriegen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also das, was dieses Geld betrifft, Herr Sukhov, wir sind Kreditvermittler. Ja. Also Kreditvermittlung und wir sehen das genau an unterschiedlichen Kreditinstitutionen, auch Banken natürlich. Oh, okay. Und die Banken haben ja auch zur Zeit eine gelockerte Annahmepolitik, also eine Annahmebedingung und deswegen können Sie auch natürlich einen Kredit erhalten. Sag mir nur bitte arbeiten Sie zur Zeit, sind Sie berufstätig. Ja, klar. Okay. Und Nettoeinkommen ist über 600 Euro bei Ihnen im Monat. Haha, locker, locker. Okay. Sag mir bitte, wo arbeiten Sie? Wie heißt die Firma? Ich habe eine Firma. Ich habe Inkasso. Inkasso Dimitri Bujagbay. Wo arbeiten Sie? Bei meiner eigenen Firma. Ja. Ich bin Chef. Da, also selbstständig, ja. Da, richtig. Oh, blöd. Wisst ihr, wer das war? Das war Lena Link aus Telefonmarathon. Das ist die gewesen. Jetzt hat sie schon wieder andere Namen. Blöd, Telefonmarathon müsst ihr mal anhören, wenn ihr Zeit und Bock habt. Hammergeile Gespräch. Und die hat sie gleich durch ihre Aussprache verraten. Was immer ist gleich geblieben, seid ihr. Guten Tag. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name würde gerne mit Herrn... Wie heißt es hier? Rakik Bagdari. Bagdari. Bagdari, ja, hallo. Wer ist da? Wie bitte? Wer ist da, bitte? Ja, ja, wer ist da? Mein Name ist Gabriel Gilacruz. Mein Name ist Gabriel Gilacruz. Sehr gut. Der Grund meines Anrufes ist, es geht um diesen kostenlosen Preisausschreiben, wie Sie sich bei uns mit Ihrem Daten hier registriert sind. Und da sind Sie jetzt unter den letzten 20 Endfinalisten angekommen, wo Sie dabei schon erstmal einen Preis hier garantiert haben. Welcher denn? Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Oh, was denn, was denn, was denn? Wie bitte? Was für Preise? Was für Preise? Verzeihen Sie, ich kann Sie kaum was wissen. Also, reden Sie mit Lautsprecher. Was für einen Preisen habe ich gewonnen? Fragezeichen. Sie haben erstmal nur einen Preis garantiert, was Sie gewinnen werden. Okay. Das werden wir bei der Finale sehen. Und der kleinste Preis, was Sie gewinnen können, ist der 1.000 Euro Gutschein. Oh. Weil hier ist ja nicht nur einer Firma dabei, der seine Preise hier als Werbung herausgewinnen möchte. Ja, nicht nur einer Firma. Also, hier sind 20... Okay. Wie bitte? Nicht nur einer Firma, 20 Stück sind das. Ja. Ja. Also, hier sind 20 verschiedene Firmen dabei. Ja. Mit 20 Preisen. Okay. Und da jeder Endfinalist nur einen Preis hier bekommt. Ja. Das heißt, keiner Endfinalist geht bei uns bei der Finale hier leer raus. Okay. Der kleinste Preis, was Sie bei uns bei der Finale gewinnen können, ist der 1.000 Euro Gutschein. Ja. Wofür? Aber ich habe Sie gerade nur deswegen gestört, weil, da Sie schon einen Preis hier garantiert haben, aber auf jeden Fall nicht leer rausgehen werden bei der Finale. Aber dass Sie sich nur wegen einem kleinen Preis eingetragen hatten, soll ich Sie jetzt nur fragen, falls Sie bei der Finale einer von den vier Hauptpreise gewinnen, schaffen sollten, wie Sie dann Ihre Preise haben möchten. So wie bei Beispiel jetzt. Unser erster Preis ist der Mercedes der C-Klasse. Oh. T63 mit einem AMG-Ausstattung in Wert von 76.000 Euro. 76.000? Für den ersten Platz. Genau. Falls Sie den ersten Platz schaffen sollten, was ich natürlich auch für Sie hoffe, würden Sie das als Bargeld nehmen oder das Auto? Was hat das Auto denn für eine Farbe, bitte? Wie bitte? Was hat das Auto für eine Farbe? Farbe. Ich habe es nicht verstanden. Ich will überlegen. Was hat dieses Auto? Farbe. Farbe. Was für Farbe? Schwarz. 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 Alles klar. Das wollte ich nur wissen. Ja, dann möchte ich das Auto nehmen. Auto bitte. Natürlich. Der zweite Preis ist der VW Golf, der Siebener. Der neueste in Wert von 25.000 Euro. Wie soll ich da Ihren Preis eintragen, bitte? Kann man Dollar nehmen oder muss man Euro nehmen? Wie bitte? Kann man Dollar, US-Dollar haben oder kann man nur Euro? Also, mit was reden Sie denn gerade mit einem Lautsprecher? Nee, ich rede mit Ihnen. Mit Ihnen reden. Nein, nein. Ich meine, ich meine, ich meine, reden Sie gerade mit einem Lautsprechanlage. Nein, ich habe das... Können Sie nicht ganz normal reden? Ich rede normal. Nein, nein, mir kommt das sofort auf, dass Sie mit einem Lautsprecher reden. Deswegen kann ich Sie nicht gut verstehen. Nee, ich habe keine Lautsprechung. Ich habe das bei Hand. Also, der zweite Preis ist der VW Golf, der Siebener, der Neueste in Wert von 25.000 Euro. Ja. Wie soll ich da Ihren Preis eintragen, bitte? Geld? Trage ich ein. Dritte Preis ist eine Traumreise, da ändert sich nichts bei mir. Ja. Aber bei der vierte Preis, das ist ein Einkaufsgutschein von MediaMarkt in Wert von 8.000 Euro. Oh. Wie soll ich da Ihren Preis eintragen, bitte? Kann man das Bargeld haben? Deswegen frage ich ja, wie Sie den Preis haben möchten. Bargeld, bitte? Also Bargeld oder... Natürlich. Der fünfte Preis, das sowieso Bargeld gewinnt, von 4.000 Euro, ändert sich nichts bei mir. Ja, kann ich das auch? Genauso wie bei den restlichen Preisen. Kann ich das Bargeld dann auch in Bar haben? Hallo? Bitte? Kann man das in Bar haben, das Bargeld gewinnt? Fick dich doch. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Ja, hallo? Hallo? Hallo, Schrein, guten Tag, Kufo, mein Name aus dem Hause Geld. Könnte ich denn Herrn Dimitri Bagatov sprechen mit mir? Ja, einen Moment bitte. Ja, hallo, wer ist da? Hallo, Herr Maulwurf, wie geht's? Wie bitte? Sie kennt jeder. Warum kennt mich jeder? Was soll der Scheißdreck? Du hast eine bestimmte Stimme, die erkennt jeder. Nein, ich bin sie wohl. Also, das war vorhin Maulwurf, jetzt bist du der Russe, richtig? Nee, das war eben der Inder. Das ist jetzt der Maulwurf. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ach so. Möchten Sie wissen? Ah, ja, ja, ja. Was möchtest du? Sie können sich nicht an mich erinnern, oder? Ja, ich hab jeden Tag 300 von euch am Telefon. Ja, als ich ihn den Kalaschnikow verkauft habe. Können Sie sich erinnern? Ja, die Kalaschnikow, das war schon so eine Nummer. Aber die ist nicht richtig. Ich hab ihm noch eine Nummer gegeben, wo sie meinen Kollegen anrufen sollen. Können Sie sich noch erinnern? Ja, der sollte mich hier anrufen, aber der ist hier nie was passiert. Er hat sich hier noch nie angerufen. Nein. Okay. Was wollen Sie mir denn heute verkaufen? Was wollen Sie mir denn heute verkaufen? Lebensversicherung? Für die Zähne? Nee, nee, ich verkaufe nichts. Ich verkaufe nichts. Nein. Ich verkaufe nichts. Ich habe Leute, die für mich verkaufen. Wie bitte? Ich bin der Besitzer. Ich habe Leute, die für mich verkaufen. Ich bin der Besitzer, ich verkaufe nichts. Ich schale nur den Lohn monatlich. Was verkaufen Ihre Leute denn? Äh, Kalaschnikow. Haffenbomben. Kann ich auch einen Makarov kaufen? Den Pistolen? Ja, natürlich. Natürlich. Du kannst alles bei mir bekommen. Kannst du dann... Kannst du dann schicken? Hey, wollen... Sollen wir... Sollen wir Deal machen? Ja, sag mal. Wenn du neue... Wenn du neue Leute hast bei deiner Firma, dann müssen die bei mir anrufen und dann bin ich der härteste Kunde, den die haben. Das ist gute Schulung für die. Ja, da hast du recht. Ne, das werde ich machen. Ich werde die Nummer geben und sie sollen sie jeden Tag anrufen. Ja, das ist super. Kannst du... Aber... Ja, bitte? Du machst es sehr gut, wirklich. Findest du? Ich verfolge dich auf YouTube jeden Tag. Ja, wirklich. Ja, und hast du noch nichts daraus gelernt? Ja, habe ich. Ja, habt ihr das jetzt bei eurer Abzock-Praxis einbauen? Ne, ich erkläre mal. Also, es gibt Unternehmen, die wirklich Abzockerei machen. Wir sind ein Versicherungsportal. Also, über uns vergleichen die Kunden und vermerken dann selber, dass wir sie anrufen sollen. Aber es gibt ja auch Adressen, die wir natürlich bekommen von Gewinnspielen und dann... Eingekaufte Adressen. Verstehen. Ja, aber du musst ja mal wissen, kalte Anrufe sind verboten. Ich habe dir ja nicht die Erlaubnis gegeben, mich anzurufen. Ne, ne, ne. Nicht mir, aber auf dem Portal. Ja, aber siehst du, das ist... Das Gesetz verlangt... Ich kenne Gesetz sehr gut. Das Gesetz verlangt ausdrücklich ein schriftliches Werbeerlaubnis. Die habe ich dir nie gegeben. Und auch niemand anderen. Ja. Das weißt du doch. Tu doch nicht so. Die Callcenter... Ich weiß das. Ich weiß das am besten. Ich arbeite nur. Ja. Aber die Callcenter müssen ja auch etwas verdienen, oder? Ja, aber gib... Also du hast das jetzt ja zugegeben. Aber du kannst doch ehrliche Arbeit machen. Möchtest du bei Ziegenfarm arbeiten? Ziegen melken? Du hast Ziegen, oder? Ich habe viele Ziegen. Soll ich mit dir bei Stahl gehen? Warte mal. Warte, warte. Ne, danke. Komm, warte. Die Minute, die musst du dir jetzt für mich Zeit nehmen. Diese eine Minute. Warte, ich werde mit dir bei Stahl gehen. Und dann kannst du gehören. Und vielleicht möchtest du ja für ein Türkisch Kochzeit bei euch mal Ziegen kaufen. Warte. Kannst du gehören? Sehr schlecht, sehr schlecht. Bleib mal kurz dran, ey. Ja, klar, Mann. Kannst du mich hören? Ja, natürlich. Für meine Fans tue ich alles. Maulwurf. Wie bitte? Bruder. Ja. Was geht ab? Hallo. Guten Tag vom Internet-Portal Gelte. Könnte ich mit Dimitri Bagatov sprechen? Ja, wer ist am Telefon? Wie geht's? Wunderbar. Und selbst? Gibt es neue Clips? Oh, 30, 40 ungefähr seit letztem Mal. Nee. Ich war heute Morgen da. Ihr müsst mal bessere Headset. Welchen neuen Clips? Welchen Tagen? Du musst mal bei Banner oben lesen. Mittwoch und Sonntag, 20 Uhr. Mittwoch, Sonntag, 20 Uhr. Du musst mal neue Headset kaufen. Man kann ganze Callcenter hinten dran hören. Das ist irgendwas mit dem System. Ja. Das Headset ist neu. Ja, das kann ich nicht. Wie geht's dir? Oh, mir geht gut. Und selber? Ja, super. Hättet ihr jetzt oft schon auch erkannt? Seid ihr auch berühmt geworden schon bei Kunden? Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Sag nochmal. Bei so lauter Partys da. Was feiert ihr? Habt ihr den Abschluss heute gehabt? Endlich mal wieder? Genau. Geil. Und wie viele hast du heute schon getrogen? Sag mal, welchen Namen hast du noch, dass ich hier einen anderen Namen eintrage? Weil du bist schon bekannt und hat Dimitri. Sag mal was Neues. Peter Winter. Peter Winter. Ja. So. Wie hört er sich an? Der Herr Winter. Der Herr ist auch wie das Russe. Der ist Spätausiedler. Peter Winter. Da. Richtig. Und E-Mail mache ich Peter.Winter, oder? Nee, machst du PeterWinterDeluxe. Zusammen geschrieben. Okay. At gmail.com. Gmail.com. Hab ich vermerkt. Ja. Leiter es dann weiter, ja? Ja, an wen denn? Vielleicht Johann und Kollegen. Aber ihr müsst auch mal gucken bei eurer Runde. Leitung jedes Mal, wenn man abnimmt, da bricht die Verbindung gleich wieder ab. Irgendwas macht ihr nicht richtig da drüben? Weißt sowieso, weil der Dailer, der ruft zu viele Leute an und dann meldest du dich und, äh, kein Agent ist frei. Und dann geht's wieder gleich auflegen. Aber ich geb dir mal einen Kollegen, den kennst du, ja? Bleib mal kurz dran. Da. Dimitri. Hallo, Suka. Wer ist da? Sein Bruder. Ich bin's. Der Semja. Juri. Juri. Hallo. Wie geht's dir? Ja, ja. Derjenige, der dich immer erkennt. Ach. Ihr erkennt mich doch inzwischen alle. So oft, wie ich euch schon gefickt habe. Ja, ja. Du bist der Ficker. Ey, ich hab jetzt zu tun. Ich rufe dich nochmal an. Ey, ich merke mir deine neue Nummer. Ich rufe dich nochmal an. Ich hab jetzt zu tun, ja? Ich leite dich zu den Kollegen. Ja, das sagst du jedes Mal. Du bist da zu blöd dazu. Schon aufgeleicht. Ja, schönen guten Tag. Von der GfK, Gesellschaft für Konsumforschung. Wir sprechen mit dem Herrn Theodor Oberst. Ja, Oberst, hallo. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Bettina Kreuzmay von der GfK, Gesellschaft für Konsumforschung. Herr Oberst, kann es sein, dass Sie sich hier bei der GfK angemeldet haben, um an einer Marktforschungsstudie teilzunehmen? Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ich hab nur die Hälfte verstanden. Herr Oberst, kann es sein, dass Sie sich bei der GfK angemeldet haben, um an einer Marktforschungsstudie teilzunehmen? Was muss ich mir darunter denn vorstellen, junge Frau? Da ging es um Ihren privaten Einkauf. Wegen den Treuepunkten? Also mit Treuepunkten im Prinzip. Also Sie würden dafür Treuepunkte bekommen? Ja, ich sammle die ja immer. Ich bin da ja so ein bisschen enthusiastisch, was das angeht. Ja gut, aber das ist was anderes. Da reden wir von was anderem. Also bei uns bekommt man für die Teilnahme Haltpunkte. Ja, so wie man das ja kennt. Das ist sehr gut. Ja, haben Sie denn Interesse an Marktforschung oder eher nicht? Ich hab sehr viele Punkte schon gesammelt. Können wir gerne weitermachen. Ja, okay, dann würde ich das sagen, dann sammeln Sie Ihre Punkte da erstmal weiter und wir melden uns nochmal. Ja? Ja, wann denn? Weil ich möchte ja das ja haben, im Prinzip. Also das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich muss das jetzt erst nochmal abklären. Was denn? Ob wir Sie da aufnehmen können zu der Studie, zu der Marktforschungsstudie. Um was geht das denn da? Ums Einkaufen, um Ihren privaten Einkauf. Ja, soll ich Ihnen... Ich hab von vorhin noch den Einkaufszettel. Sie müssten dann einen Scanner sozusagen von uns bekommen und Ihre Einkäufe halt abscannen. Ein Scanner? Ja. So was hat mein Enkelsohn. Genau, sowas ähnliches würden Sie dann auch bekommen. Aber ich muss das erstmal abklären, ob das machbar ist. Ja, wieso rufen Sie denn an, wenn das unklar ist? Weil ich ja nicht wusste, ob Sie sich hier angemeldet haben bei der Studie. Ja, und können wir da so echt die Sachen da jetzt in den Scanner reinlegen? Das würden wir dann im Nachhinein abklären, ja? Das ist sehr verwirrend, was Sie mir jetzt hier erzählen. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, das hat mein Enkel mal für mich gemacht. Ja, nutzen Sie diese E-Mail-Adresse denn auch? Ja, und ja im Prinzip ja immer unter Aufsicht. Ja. Ich hab einmal den Computer gelöscht. Ja. Ja. Ja, also wenn Sie an so einer Studie teilnehmen wollten, müssten Sie aber auch mit einem Computer umgehen können. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ja, das ist ja länger her, dass ich das da verbockt habe. Menschen lernen ja dazu. Das sind ja die Synapsen im Gehirn, die dann diese Verbindungen bilden. Ja. Und dann ist man da durchaus in der Lage zu sagen, Sachen zu meistern, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Das stimmt natürlich. Ja. Ich würde mich dann morgen nochmal bei Ihnen melden. Wäre das in Ordnung? Ja, morgen sind wir auf Ausflug. Ja. Wie sieht es übermorgen aus? Da auch. Das ist ja im Prinzip so ein Herbergenaufenthalt. Ja. Wann sind Sie denn wieder bei sich zu Hause? Dann würden wir uns dann nochmal melden. Also das wäre dann an Donnerstagnachmittag oder an Freitag. Dann melden wir uns Donnerstagnachmittag nochmal bei Ihnen. Ja, wozu denn? Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ob wir Sie zu dieser Marktforschungsstudie brauchen können, das muss ich erst abklären. Ja, und wo sollen wir das E-Mail, wo soll ich das hinschicken? Nein, ich melde mich nochmal. Ich rufe Sie nochmal an und dann erkläre ich Ihnen das nochmal ganz genau, wofür wir Teilnehmer brauchen. Ja, und jetzt soll ich die Wurst jetzt wieder aus dem Scanner rausnehmen? Von uns haben Sie noch gar keinen Scanner. Ja, ich habe ja das von meinem Enkelsohn im Prinzip. Das steht ja hier am Computer. Das ist ja das, was Ihr Enkelsohn macht. Da haben wir ja jetzt noch nichts mehr zu tun. Sie haben doch Scanner gesagt. Das ist doch dieses Gerät, wo man da die Sachen reinlegen kann. Genau, aber das ist ja das, was Ihr Enkelsohn macht. Wenn, dann hätten wir Sie ja gebraucht. Ich melde mich Donnerstag nochmal bei Ihnen, Herr Oberst. Soll ich das so lange da drin lassen? Lassen Sie das so, wie es ist, genau. Mit der Wurst drinnen. Ja, genau. Ja. Ja, ich melde mich Donnerstag nochmal. Ja. Okay, bis dann. Tschö. Hallo. Schönen guten Tag von der Energy. Mit Herrn Dorian Fröhlich hätte ich gerne gesprochen. Ja, der ist an Telefon. Von wem sind Sie? Von der Energy rufe ich an, Herr Fröhlich. Was ist das? Die Energy RWE. Das ist ein Strom- und Gaskonzern. Ah, okay. Was kann ich da für Sie tun? Da geht es darum, Sie sind ja wohnt in Nürnberg. Und da hatten Sie gestern mal bei unserer Online-Umfrage teilgenommen im Internet. Da ging es ja um diesen Gutschein. Oh ja, habe ich den gewonnen? Nee. Oh. Jetzt müssen Sie mir aber voll den Tag versauen. Ja, ne? Finde ich auch. Das ist ja voll gemein. Ehrlich, ne? Dann haben Sie jetzt hoffentlich auch noch eine gute Nachricht für mich. Nee, habe ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass Sie nicht gewonnen haben. Das ist aber schade. Finde ich auch. Sollen wir vielleicht mal auf einen Kaffee gehen? Nee, danke. Aber warum denn nicht? Hallo? Hallo? Ja, schönen Tag von der Firma Verikon. Ja, Dimitri Zuckow. Äh, einen Moment bitte. Dimitri, Telefon. Ja, komm mal wieder her. Du musst weiter bei Kürchen machen. Hallo, Zuckow, wer ist da? Schönen Tag von der Firma Verikon, Herr Dimitri Zuckow. Richtig, wer ist da? Ich meine mich von der Firma Verikon, Herr Zuckow. Es geht um die 250 bis 500 Euro Bonus von der Krankenkasse für Sie persönlich. Ja. Dazu hatten sich online informiert und wollten unverbindlich weitere Infos haben. Ja, wann kommen die Infos? Ich schon warte. Also haben Sie schon mit meinen Kollegen gesprochen? Nein, ich warte auf die Infos. Wann wird die kommen? Welche Infos? Das verstehe ich nicht. Über die Bonus. Wann wird es kommen? Hallo? Also ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Mit niemandem, weil ich habe das da eingeschrieben und ich dachte, ich soll dann ein E-Mail bekommen, aber ist nichts gekommen. Nee, Sie bekommt keine E-Mail, sondern wir haben uns bei Ihnen persönlich gemeldet, um mit Ihnen das Ganze zu besprechen und zu dürfen. Jetzt habe ich verstanden. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, können Sie dann bitte sagen... Arschloch. Ja, Maul-Wolf. Hallo? Hallo? Oh, Maul-Wolf. Hallo, mein Freund. Wie geht es Ihnen? Du bist der Särkste, mein Freund. Wie viele Leute arbeiten denn da, dass du mich immer anrufst? Ich weiß nicht, also wie es möglich ist von 26 Leuten, dass ich immer eine Nummer bekomme. Es ist nicht in Ordnung. Als ob Sie wissen, dass wir Freunde sind. Ja, das ist so schön, dass Sie unsere telefonische Freundschaft pflegen können. Genau, genau. Gibt es irgendwelche neue Clips? Ich war schon lange nicht auf YouTube. Warum nicht? Du musst regelmäßig gucken. Ich glaube, lass mich kurz schauen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es sind schon so viele. Ah, ich habe vor zwei Tagen, da habe ich Rache an Herrn Maul-Wolfs Bruder verübt. Wirklich? Das werde ich mir gleich hören, also anhören. Ich war wirklich nicht, also ich hatte viele Anrufe, war besetzt die letzten paar Tage. Wann haben wir zuletzt gesprochen? Vor drei Tagen, oder? Ich glaube, das war vorgestern. Vorgestern, ja, genau. Ich müsste mal durchgucken. Ich habe noch, glaub mir, ich habe deinen Namen noch geändert. Ich habe Wladimir, wie habe ich das geschrieben? Wladimir, wie hast du mir letztes Mal gesagt? Khrushchev. Wladimir Khrushchev, genau. Ich habe das sofort korrigiert und dann wieder gelassen, dass dich jemand anruft. Ja, da war auch, gestern hat er einen verpassten Anruf. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag bei Computer sitzen. Ich muss ja zwischendurch auch ein bisschen Drogen verkaufen. Ich muss ja auch arbeiten. Ja, ein bisschen Drogen verkaufen. Du bist der stärkste, glaub mir. Natürlich. Und, wie lange musst du heute wieder so lange arbeiten? Bis 20 Uhr, Bruder. Sag mir nur, der, wie heißt der von den 4D-Marketing-Sagga, oder? Ja, ja, richtig. Der, der dir gedroht hat. Ja, kennst du den? Nee, kenn ich nicht, aber das war der geilste Clip. Ja, natürlich. Das ist so ein, so ein Madajaker. Ja, Gottes, wenn hast du ihn genervt. Ja, der kann ja... Du hast es wirklich drauf. Ja, natürlich, weißt du, der kann ja, der kann ja alle 30 Adressen abfahren. Die gab ja so viele verschiedene Namen, so viele Adressen, der kann ja überall kommen. Das ist ja kein Problem. Ja, ja. Aber der wird nichts machen. Ja, weißt du, es gibt, ich glaube auch dort viele Mitarbeiter. Ich kenne dieses Unternehmen nicht, aber so viel ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Mitarbeiter da. Ja, du kannst ja mal... Deswegen ist es schwer, immer den gleichen zu bekommen. Ja, weißt du, 4D-Marketing musst du mal bei Google reinschreiben. Die sitzen irgendwo bei Bulgarien. Wirklich? Ja, und die Bundesnetzagentur warnt von denen. Das sind ganz schlimme Leute, sagen die. Mhm, nee, ich habe noch nie von denen gehört. Erstes Mal habe ich, glaub mir, an deinen YouTube-Clip das gehört. Noch nie im Leben habe ich von denen gehört. Ja, sollen wir mal Interview machen, wir beide? Nee, komm nicht. Doch, komm. Wieso? Aber du kannst mich nicht passen, wenn ich schon weiß, wer du bist. Also, das geht nicht. Ich muss dir jemanden neuen geben, also. Nee, deswegen... Jemand, der nicht weiß, wer du bist. Deswegen sag ich, können wir dir Interview machen. Du sagst ja sowieso, dass du Paul oder Peter heißt. Da kann dir ja nichts passieren. Du musst nur ein bisschen Insider-Info haben. Mhm. Okay, lass mich mal nachdenken. Was könnte ich dir dann verkaufen, wenn wir Interview machen? Nee, nix verkaufen. Einfach nur ein bisschen erzähle, wie läuft es ab? Wie viele Leute werden angerufen? Wie viele kaufen? So ein bisschen was erzählen. Aha, was soll ich dir erzählen? Wie so Radio-Interview. Wir können ja Termin machen. Ich schreibe mir ein paar Fragen auf und dann kannst du antworten. Ja, können wir machen. Also, machen wir es einfach so. So, ich setze deine Nummer wieder morgen hier, ja? Ja. Also, es ist eine Wiedervorlage und dann werde ich mich oder eventuell ein Kollege bei dir melden, ja? Ja. Und dann kannst du ein gutes Interview bekommen. Sagen wir nur, wie soll ich dich morgen nennen? Rakisch? Ja, sag mal Rakisch, weil wir haben zu wenig Sachen von Rakisch. Rakisch. Sag mir nur einen besseren Familiennamen. Also, Kua, was Kua? Äh, Hapakala Donut. Hapakala Donut. Ja. Schreib das mal da rein. So, wie schreibt man das, Gottes Willen? Nicht, äh, 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 Hitler. Hitler, äh, Arschlo. Das kannst du nicht mal du bestabieren. Das kannst du nicht mal du bestabieren. Ja, doch. H-A-P-P-A-K. Ah, Moment. Damit ich es hier korrigiere, weil so werde ich jeder kennen. H-A-P-P-A-K. Ja. A, äh, A. A. L-A. D. N oder L? L. Wie, wie... Ludwig oder Nordpol? Ludwig, Ludwig, okay? Wie Leguan, wie Leguan. Ja. Dann ein A. Ja. D-O-N-A-T. Ja. N-A-T, okay. Kannst du nochmal vorlesen? Hapakala Donut. Ja. Hapakala Donut. Ja, okay. Dann werde ich jetzt so lassen. Was hast du für Adresse? Morgen... Sagen wir nur, um wie viel Uhr kann ich dich morgen erreichen. Welche Uhrzeit passen? Soll ich mit 10 Uhr machen? Früh. Ja, oder wirst du da noch schlafen? Ne, ich schlafe da, aber ich werde 10 Uhr machen. Morgen werde ich bestimmt jemanden erreichen, ja? Ne, ich will ja mit dir reden, weil wir sind doch, äh, Bruder. Ja, aber ich kann nicht um 10. Ich kann mich nur später melden. Ja, wann kannst du denn? Ich kann so gegen, sagen wir mal, 12, 13 Uhr. Ja, dann machen wir 12 Uhr, da können wir zusammen Mittag essen. Okay, Bruder. Morgen bis 12 Uhr, ja? Ja, was möchtest du essen? Was soll ich uns kochen? Tja, was weiß ich. Was magst du? Magst du? Donut. Willst du Donut essen oder lieber Döner? Jetzt sag, sag mir doch mal, jetzt sag mir doch mal, ich muss ja morgen ordentlich mit dir reden. Muss ich mir mal deinen Namen sagen. Ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten. No, jetzt tut er nicht so. Ich muss Geld verdienen, Bruder, ich verdiene Geld. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Morgen, morgen, Herr Huber, morgen kann ich mit dir sprechen, all deine Fragen beantworten, ja? Du bist auch so ein... Aber jetzt, Gottes Willen, muss ich ja auch arbeiten. Ja, okay, ich werde dann für morgen ein paar Fragen fertig machen. So ganz, äh... Machbar, Fragen, fertig, ich werde mich... Was? Ganz seriöse Fragen und dann können wir reden, okay? Genau, genau. Wir machen dann morgen ein Interview, ja? Sehr gut. Dann werden wir morgen Mittag essen. Okay, Bruder. Schlaf gut. Schönen Abend. Du auch. Bis dann. Tschau, tschau. Hallo. Schönen Tag, mein Name ist Baumgarten von WWF. Ich bin der Name Rakesh Baggadi. Baggadi, ja. Wer ist da? Mein Name ist Baumgarten von WWF. Was ist mit dem Garten wegen des Laubschneidern? Hallo? Sind Sie von Gärtnerei? Hallo? 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 Hallo, mein Name ist der FK-Gesellschaft für Konsumforschung. Der Herr Hans Maulwurf, bin ich da richtig? Ja, das sind Sie richtig. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe mal eine Anfrage. Wir von der GfK sind ein Marktforschungsinstitut. Ja. Und wir suchen noch Teilnehmer für Studien. Da geht es um die gekauften Lebensmittel, Droge, W-Artikel. Teilnehmer würden diese mit einem Scanner, den wir kostenlos zur Verfügung stellen, nach dem Einkauf nochmal zu Hause abscannen. Wäre sowas von Interesse? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht so gut. Ah, okay. Also wir suchen Teilnehmer für Studien. Da geht es um eingekaufte Lebensmittel und Drogerieartikel. Ja. Teilnehmer würden diese für uns mit einem Scanner, den wir kostenlos zur Verfügung stellen, nochmal am Barcode abscannen. Würde Sie sowas interessieren? Soll ich das dann bei den Scanner reinlegen? Nee. Sie würden von uns so ein kleines Gerät bekommen. Damit könnten Sie die gekauften Lebensmittel, Drogerieartikel am Barcode scannen. Ja, und was passiert dann damit? Sie müssten das Ganze einmal die Woche am Computer oder Laptop überarbeiten mit Menge und Preis und wir würden dann mit den Daten Studien anfertigen. Soll ich das dann bei dem Scanner von meinem Enkel da reinlegen? Nee, ich glaube, nee, das funktioniert so leider nicht. Dann nehme ich das hier erstmal raus. Dann danke ich aber für das Gespräch, Herr Mauser. Soll ich das Brötchen jetzt da drinnen lassen? Ich habe das jetzt da reingelegt. Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag heute. Soll ich das dann per E-Mail schicken, wenn ich das gescannt habe? Nee. Hallo? Sie haben das, glaube ich, falsch verstanden, das Ganze. Ich soll doch jetzt die Sachen einscannen. Ja, nee. Nee, dann nehme ich das mal hier raus. Jetzt müssen Sie mir aber schon sagen, was ich machen soll. Weil eigentlich soll ich an den Computer von meinem Enkel ja nicht drangehen. Und jetzt ist das Brötchen da drinnen. Ja, ist klar. Dann wünsche ich Ihnen auch einen schönen Tag heute. Hallo? Sie können mich doch jetzt nicht im Stich lassen, Sie herzloses Wesen. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag von Energieversorgung Goldgas. Ja. Und möchte ich mit Kevin Otto? Ja, Herr Otto. Kevin, einen Moment bitte. Ja. Kevin, Telefon. Keine Ahnung. Oder, äh, habe ich den Vati? Ja, Otto. Hallo, Herr Otto. Ja, Ma. Ich bin die Formio von Energieversorgung Goldgas. Hallo. Hallo. Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen, schon ziemlich lange her. Weiß ich nicht. Oder war das mit Ihrem Vati? Kann sein. Ich bin sehr für Gas- und Stromsachen zuständig, ne? Kann sein. Was ist denn? Na, es ging hier um einen Gas- und Stromvergleich, um zu schauen, dass man es preisgünstiger kriegt. Ja, und was ist denn mit meinem Vater? Ich weiß nicht. Wer ist denn bei Ihnen zuständig für Gas und Strom? Stadtwerke. Ja, das ist richtig. Ja, Ma. Aber einer muss es ja unter sich haben. Das Sie oder der Vati? Weiß ich nicht. Ich habe da nichts gemacht. Was ist denn passiert? Ist in Ordnung. Schönen Tag noch. Was ist denn passiert? Nein, alles okay.